Sie machen es mir wirklich schwer. Und zwar deswegen. Drei aus unserer Fraktion und Partei haben das verstanden, haben Sie gesagt. Aber die drei haben leider etwas Unterschiedliches verstanden. Wir müssen nämlich sehen, das ist ein Teil des Beitrages, den ich vorhin gesagt habe, dass wir bei uns, gerade in unserer Partei und in der Parteienfamilie, über diese Frage noch Klärungen herbeiführen müssen, weil die Ansätze unterschiedlich sind. Und ich habe vorhin schon als Antwort auf den geschätzten Kollegen Kurt gesagt, dass ich zugestehe, dass diese Antworten unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit, unter der Frage, wie gehen wir innerhalb Gesamtdeutschlands mit dieser Frage um, dass wir nicht neue soziale Ungerechtigkeiten schaffen, wie wir hier zu entsprechenden Lösungen kommen. Und ich gestehe auch zu, das ist natürlich, wenn wir das heute alles sofort umsetzen würden, ein Finanzierungsproblem, weil natürlich jeder erwartet, dass sofort aus dem Bundeshaushalt mehrere Milliarden Euro da reinfließen. Das ist aber so ohne Weiteres nicht zu gestalten. Auch das gehört zur Wahrheit. Und deswegen schauen wir uns das an. Die Bundesarbeitsministerin hat dankenswerterweise in dieser Frage Vorschläge erarbeitet. Wir werden uns damit beschäftigen. Und irgendwann wird es zum Gesetzentwurf kommen. Applaus Wir fahren in der Debatte fort. Als nächste Rednerin